Die Bodensee Taxi AG besteht seit 2002 als Familienunternehmen in der Stadt Kreuzlingen. Wir unterscheiden uns zu anderen Taxi-Unternehmern in erster Linie durch unseren Fahrzeugpark der Marke Toyota. Wir fahren derzeit entsprechend umweltbewusst und umweltschonend. So, das ist der Taxi, grüß dich. Ja, das ist der Taxi. In Restaurant Hafer? Ja. Okay, und das geht fünf Minuten. Bravo, danke. Danke, habe ich. Freundlichkeit und Pünktlichkeit sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Fachkundige und erfahrene Fahrer begleiten und betreuen sie auf ihren Fahrten. Ob sie gefahren werden möchten oder wir für sie Besorgung machen, wir garantieren ihnen unsere Zuverlässigkeit. Lassen Sie sich von uns vor und nach anstrengenden Flugstunden zum Flughafen oder an ein anderes Ziel bringen. Wir holen Ihre Geschäftskunden, Freunde oder Bekannte vom Flughafen ab und fahren sie sicher, umweltbewusst und bestens betreut an ihr Ziel. Wenn Sie mit Ihrem eigenen Auto verreisen möchten, können Sie bei uns auch nur eine Chauffeurleistung reservieren. Unser Driverservice bietet Ihnen die Möglichkeit, dass auch Ihr Auto von uns für Sie nach Hause gefahren wird. Diese einzigartige Dienstleistung steht Ihnen europaweit zur Verfügung. Für Firmen oder Gruppen und für private Anlässe benutzen wir gerne unseren 14-plätzigen Kleinbus, der übrigens von Ihnen auch gemietet werden kann. Wir sind Vertragspartner der Schweizerischen Postlogistics Intercity Express Courier und der Courier Logistics SwissConnect AG, für welche wir dringende Kurierfahrten ausführen. Selbstverständlich bieten wir auch einen Direktservice an. Sie können uns anrufen und eine eilige Sendung, zum Beispiel Dokumente oder Blutproben, durch uns direkt zum Empfänger bringen lassen. Es ist uns ein grosses Anliegen, dass Sie freundlich, sicher und zeitgemäss in modernsten Fahrzeugen von erfahrenen Chauffeusen gefahren werden. Schenken Sie uns Ihr Vertrauen, Ihr Bodensee Taxi AG. Untertitelung des ZDF für funk, 2017